Den Schädel... Knochen vielleicht... Und das war's. So, das lassen wir alles mal hier liegen. Habe ich Holz mit? Nein, habe ich nicht. Kann ich das trotzdem bauen, wenn es aus einer anderen Kiste ist. Kann ich leider nicht. Schade. Ich könnte hier eine Kiste bauen. Hier, was sind das? Blankenbalken... Balken. Balken... Nägel und einfache... So, das hole ich mir mal kurz. Dann machen wir da eine Kiste hin. Da brauchen wir da nicht dauernd Holz holen. Ich würde eigentlich den Baum füllen. So... Dann nehmen wir das alles mal so hin. Dann nehmen wir das alles mal so hin. Dann nehmen wir das alles mal so hin. Hoppala. So... Dann... Äh... Was braucht der Balken? Brauchte ich... Eigentlich nicht überhaupt... Halla... Nicht so viele. Und... Und einfache Eisenteile. Nehmen wir auch einfach mal alle mit. Das parke ich mal kurz hier rein. So... Holzscheite. Nehmen wir mal alle. So... Dann können wir hier nämlich eine Kiste hin hauen. Die ganzen Holzscheite hier hin packen. So... 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 Nummer 1, Nummer 2. Können wir auch schon mal aufbauen. Da brauchen wir leider wieder eine Menge Holz. Holzstöckchen eigentlich weniger, eher Holz. Da passt schon. Ah, na. 6.17. Funktioniert. Na. Muss ich nicht die ganze Zeit hin und her laufen. Nicht um mein Holz. Ganz genau. Okay, passt nix mehr. Lass ich's mal hier an der Seite liegen. Ähm, Holzscheite wollte ich ja machen. Mehr. Wir brauchen mehr. So, wunderbar. Dann kriegen wir nämlich auch ein paar, äh... Hier, ein paar Bestattungsurkunden wieder. Für die lieben Leute, die wir hier verbrennen. So, jetzt schalte ich hier hin. So, die nehmen wir mal alle mit. So, damit ich nicht dauernd hin und her laufen muss. So, ich mach' das mal so. So, eine da, eine da, eine da, eine da. Ah, ist das schön. Endlich mal ein bisschen wärmer hier. So, Bestattungsurkunde. So, Bestattungsurkunde, Asche, Salz. Wunderbar. So, ähm, das ist schon der Bischof. Der Jute. Der will von mir 20 in der Kirche, da sind wir nah dran. Oh, Mann, hier. Ah, hier ist auch noch ne Geschichte, okay. Hat die jemand gerade gedroppt. So, mit dem können wir doch handeln. Ah, der will die gar nicht. Die Keramikkrüge und so. Ich dachte, er will die. Verdammt, ich hab' echt keine Ahnung, wo ich damit hin soll. Ah, wen kann ich denn die re- Wie kann ich die geben, ey? Das ist... Mist. Muss die doch irgendjem- Irgendwem geben können. So, die Asche und das Salz packe ich mal hier hin. Die Bestattungsurkunde brauche ich gleich noch. Erstmal mache ich ein Gebet. Dafür holen wir das mal hier aus der Kieschstelle. So, Kerzen hab' ich jetzt nicht extra gemacht, das ist jetzt auch egal. Ich würde gern ein paar Worte sagen. Hachi. Wasıl друзet Ob. Altertch ist mit하는 Jaimisch. Dann caucus habe ich immer wieder Deus meinem Liebling. Lass uns nicht doch einigen Handler unter and Judy. Quellưng müssen sie dasissy und ein garantee Abenteuerhalten machen. Ich schaue dich zwar dran zu einem Karen Kieschstelle. So ist die Worte von Tenenteig. Mer teenagers euch 對不對. Mann, sind die geizig, ey. Okay, ähm. Ja. Die Geschichten kann ich natürlich wieder nicht reintun. So, ehrliches Gebet. Was bringt denn das, wenn ich das ehrliche Gebet nehme? Sagt er mir nicht, okay? Ich brauche mich, wie ich an silberne Qualität komme. Dafür bräuchte ich die Geschichten, okay. Notizen und dann von den Notizen. Aha, okay. Uff. Na gut, machen wir erst mal das Normale. Zack, da ist es, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert ein bisschen, aber okay. Flugblätter, äh, Geschichten kann ich auch daraus basteln. Aber normale. Ja, wie kriege ich bessere? Ja gut, äh, das nächste Mal benutze ich dann das Gebet hier. Ähm, als nächstes geht's mal... Eigentlich wollte ich nicht nach Hause. Mal, wer hat so schnell geklickt. Aber gut, passt schon. So, das da rein. Das da rein. Holziholz da hin. Äh, ne, den Stein brauche ich. Äh, ne, den Stein brauche ich. So, der Hanf ist fertig. Oh, ich hab dich schon wieder verdrückt. Oh, ich hab dich schon wieder verdrückt. So, sonst hab ich keine Samen mehr. So, sonst hab ich keine Samen mehr. Und ich hab dich schon wieder überraschaut. Aber man muss sie für den Schraaf werden. So, das werden jetzt ganz schön viele Nägel. Da darf ich Nägel sowieso immer brauchen. So, einfach Eisenstücken auch. So, Komplexe machen wir auch noch ein paar. So, und wann brauche ich denn mal Weizen? Also Weizensamen wieder. So, damit ich backen kann. So, das ist schon echt krass, was man an Brot verbraucht, ey. So, Hanf habe ich ganz viel, okay. Ähm... Wie war denn das? Hanfseil herstellen war... ...in der Kirche? Ich weiß nicht. Ich pack das erst mal was hier hin. Habe ich doch mal Weizen. Ah, Mist. Habe ich das nicht gedüngt? Ich trottel. Ich trottel. Ach egal. Ich bin so ein Dussel. So, das Weizen kann ich aber mitnehmen. Das packen wir dann mal hier rein. Ein bisschen Wasser könnte ich holen. So... Ah, Wasser. Also da vier. Fünf. So, da liegt's. So, ich möchte ein bisschen Holz mitnehmen. Die, 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 die. Okay. Obwohl... Wollte ich... Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Weil... Ich dachte mir gerade eben, dann könnte ich hier so ein Bienenteil da bauen, aber das ist Quatsch. Dafür brauche ich zehn Bienen. Die habe ich nicht. Gut. Erstmal ins tote Pferd. So, hier hast du vier Stück. Und hier brauche ich erstmal nix. Vielleicht wieder ein bisschen Geld. So, wann kommt denn der Händler? Kaufmann. Äh... Jeden Tag. Lalalala. Nee, da ist jetzt nur die Frau da. Der eine hier, der wollte... Was wollte der? Der wollte Papier und Tinte. Tinte. Tinte wollte er noch. Ähm... Ich brauche mal noch einen Alchemie-Tusch. Ist echt belastend. So viel Zeug, was man braucht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich einen Bärenstrauß jetzt den kriege oder sowas. Ich saîigen, eben rein. Wollt weiß jemanden, ich hab Angst Ey, jetzt leg das doch mal ab, ey, oh, so bitte, stell dich doch nicht an wie der erste Mensch hier. Egal, den Kind, da, zack, so, frische Leiche ist da, danke dir, erhalte die, die Nachricht nachdem der Esel, okay. So, der hat drei Totenköpfe, oh Gott, wie war denn das, ich glaube, da muss ich das Herz erst mal rausnehmen, ja, nicht ganz, glaube ich. Das ist fett. Wunderbar, doch, hat funktioniert, 1A. Die Leiche ist sehr gut. Äh, wo packe ich denn die hin? Komm mal hier. Nein. Äh, lalalalala. Den Glauben, packen wir mal kurz hier hin. So, noch ein Herzchen. Und dann wollte ich eigentlich zur Stadt mal. So, dann kann ich ihm die gleich wieder geben. Danke, tschüss. Dann wollte ich noch kurz zum Schmied. Wenn er noch da ist. Er ist noch da, Gott sei Dank. So, äh, hier gehen wir mal zwei davon, dann davon, dann davon, dann auch davon. Den Glauben. Okay. Okay. So, dann woman. Vielen Dank.